Der erste Trick im Park ist eigentlich immer so das Sliden einer Box. Wir versuchen mit einer 90 Grad Drehung auf die Box drauf zu springen und seitlich über die Box zu sliden. Ganz wichtig dabei, dass ihr mittig über den Ski steht und ihr euch nicht zu sehr auf den hinteren Ski lehnt.